Sooo... Ah, Quicksteam. So. Ich hab heute richtig irgendwie Lust zum Aufnehmen. Hopp. Uah! Uah! Ich glaub nicht, dass man das eigentlich so machen sollte. Ist ja auch wieder ein Verstück? Hm, naja, komm. Uah! GESTERBEN! Du kannst dich nicht mit Austin 316 messen. Ah ja. Ha ha! Vollposten! So. Wenn ich diesen evil finde. Schwertig. Hm. Gehen wir erstmal nach oben. Okay, gehen wir doch erstmal unten. Wo komm ich denn jetzt hier raus? Hier? Ne, ich geh doch nach oben. Ja. Ah! Ja, ja. Ich kann keine Föderationsposition aufnehmen. Kommt jetzt hier wieder nach raus. Ja. Tschüss. Äh, tschüss. Ihr seid berechenbar geworden. Ach ne. 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 Jetzt geht es für die Fora. Ah ne. der raum wurde mit gibt gas wir gucken uns aber erst in hinten weiter um ich hoffe er kühlt vor ort nicht so sein die spur der erwachten dass jetzt ein paar sachen erst anwenden kann wenn ich irgendwas anderes gemacht habe das wäre nämlich etwas blöd schöner mich als jack mitnehmen könnte da muss ich mir erst irgendwo noch hinlaufen ja ich habe Ich bin von der Föderation. Können Sie uns helfen? Sie brauchen medizinische Versorgung. Ich kann Sie für den Moment stabilisieren. Haben Sie die Wesen hier gesehen? Ich bin von einem angegriffen worden, während ich versucht habe, zu einem der Shuttles zu gelangen. Einige Idril waren vor mir. Vielleicht haben sie es zu den Shuttles geschafft. Man kann den Idril nie trauen. Sie sind... Rest in Peace So Nichts Nichts Ah, ich glaube, ich weiß, dass das ist, oder? Weiß ich das? Nee, ich weiß es nicht. Na? Äh, ja, ich glaube, ich muss mal morgen kurz zur Unifahe eine Klausur abholen. Wir müssen nicht mehr auf die Bestand, ne? Das kenne ich doch. Nein, bleibt wir! Ja Was ist überhaupt die Absturzstelle? Ach, drücken wir mal hier ein Knöpfchen. Knöpfe drücken ist immer gut. Knöpfe drücken ist immer gut. Ach so, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt wieder bin. Genau. Oh. Ja, hallo! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ich glaube, hier war das jetzt noch gut im Kran, oder? Ha! Ah! Daure, Kerl! Und so. Vier Minuten noch, dann ist wieder Schnittzeit. Flatsch, 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 flatsch. Dann gehen wir durch die ganze Fabrik durch, um nur dann wieder rauszugehen. Echt, ey. Wir sterben. Ah, schön gespeichert. Das heißt, es passiert wieder irgendwas. Wollt ihr euch schon wieder mit mir prügeln? Ich fühle dich ge-ge-gestone-called Stunt. Ich schreie ja nicht so rum. So. Ich hasse euch. Zerbröseln. Zerbröseln. Zerbröseln, nicht explodieren. Zerbröseln ist cooler. Da. Ah, hier ist der Pflichtstelle. Wie wir es sehen können. Sidney, scannen Sie nach Lebenszeichen nahe der Absturzstelle des Idril Shuttles. Scan gestartet, Sir. Ich empfange keine Daten, Sir. Entweder sind Sie tot oder haben den Bereich verlassen. Okay, es gibt nichts mehr, was wir hier tun können. Einer zum Beamen. So. Ich wünsche einen kompletten Scan des Bereichs. Ich habe einige Atrexianer in einem kleinen Kommunikationsturm gefunden. Verbinden Sie. Verbindung steht. Inigor, sind Sie dort? Ja, danke, dass Sie diesen Leuten geholfen haben. Inigor, was ist los? Krindo hat mich belogen. Ich half ihm die Einrichtung wieder aufzubauen, nachdem er mir versprochen hatte, sie nie wieder für den Krieg einzusetzen. Es war eine Lüge. Ich wollte ihn noch stoppen, aber es war zu spät. Er befahl mir, das System zu verlassen. Aber ich blieb und kam hierher, um den Atrexianern zu helfen. Krindo ist bereit, Sie zu töten? Er weiß nicht, dass ich hier bin. Ich erreiche ihn nicht. Wo ist er jetzt? Ich sende Ihnen die Koordinaten. Aber verletzen Sie ihn nicht. Kann ich nicht versprechen. Er wird nur sicher sein, wenn Sie ihn zum Aufhören bewegen können, bevor wir ihn stoppen müssen. Ich verstehe. Aber wenn er nicht aufzuhalten ist, müssen Sie die Einrichtung zerstören. Monroe an Enterprise. Wir haben die Koordinaten von Krindo. Die Enterprise ist noch nicht reißetauglich. Nehmen Sie das Shuttle, während wir die Reparaturen fortsetzen. Wir entsenden zusätzliche Teams auf die Kolonie, um den Atrexianern zu helfen. Wie viele Teams hat die Enterprise eigentlich? Von der Seite! Oh! So! Jetzt ist gleich wieder Schnittzeilen angesagt. Wenn jetzt so eine Sequenz kommt, nehmen wir die natürlich noch mit. Und wenn nicht, dann ist jetzt gleich schon wieder vorbei. Tag der Abrechnung, alter idyllischer Planet, nicht idyllischer, idyllischer, oh, ich habe hier Scharfschützengewerbe, oh. Ja. Bin ich froh, dass auf Ihren Flügen kein Essen serviert wird, Sidney. Das ist nicht meine Schuld, es ist ein elektrischer Sturm. Wir wurden getrocknet, die Steuerung reagiert nicht. Bereiten Sie sich auf eine Bruchlandung vor. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Es ist kein guter Tag. Wer ist verletzt? Es muss schon mehr passieren, um einen Klingonen zu verletzen. Ich bin okay. Sidney? Sidney? Wir müssen Sie hier rausholen. Jurod an Enterprise, medizinischer Notfall. Enterprise? Das muss die Interferenz des elektrischen Sturms sein. Sieht aus, als würden wir nicht mit dem Shuttle zurückfliegen. Jurod, tun Sie Ihr Bestes für Sidney. Schau, bringen Sie die Kommunikationssysteme wieder in Gang. Kontakten Sie die Enterprise und informieren Sie sie über unsere Lage. Korben, schützen Sie hier das Shuttle. Ich suche Krindor. Warum ziehen Sie immer allein los? Der Anführer sollte sich nicht in Gefahr begeben. Danke, bis bald. Sehe ich auch so. So, Tschüssikowski.